Also, Kartendreck, mein 280es Video. Also, ein Hotel, in jedes Hotel ist ein Bett. In jedem Bett kommt ein Bubel, also ein Junge, der freut sich da drauf. Aber irgendetwas fehlt da. Wir werden einfach eine Dame mal reinwerfen, in jedem Zimmer, damit der Bubel sich mal freut. Oh, jetzt gibt's aber ein Problem. Da kommt ja noch jemand hin. Wow, ein König. Jetzt wird ein flotter Dreier gemacht. Jetzt geht's ab. Scheiße, Ordnungsamt kommt. Und beim Hotel darf man das nicht, so viele Leute. Also werden wir alle mal gucken, was dann passiert. Dann machen wir eins, zwei und drei. So. Und damit das Ordnungsamt nichts merkt, was passiert, muss man die Zimmer ein bisschen verteilen. Aber das funktioniert nicht immer so. So. Also. Dann sehen wir mal, dass irgendetwas hier nicht stimmt. Also ist alles doch in rechter Ordnung. Das Ordnungsamt kann doch jetzt kommen, oder? Weil jetzt sind irgendwie alles doch so... Und das ist das Video. Und das ist das Video. activiviert. Es hat immer wiedergestellt.